Leute, ich muss euch etwas gestehen. Und zwar habe ich ja vor einer Woche die Demaskierungs-Challenge ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob ihr daran gedacht habt. Ich habe daran gedacht. Denn ich habe ja gesagt, ja, so als erste Challenge können wir versuchen, eine Woche mal möglichst maskiertes Lächeln wegzulassen. Und ich muss euch gestehen, ich bin gnadenlos gescheitert. Und ich glaube, ich habe im Wesentlichen einmal in der Situation daran gedacht und das nicht gemacht. Ansonsten war ich permanent, wenn es darauf ankam, wieder im absoluten Maskierungsmodus. Ja, what can we do? Ich werde es nochmal versuchen. Wie ist es bei euch gelaufen, wenn ihr daran gedacht habt? Könnt ihr euch vorstellen, eine Woche lang kein maskiertes Lächeln zu zeigen? Schon ein bisschen schwierig, oder? Vielleicht war es ein bisschen zu viel?